tv hochzeit wie gefällt euch köln 50 667 karolinas kleid carolina und daniel peutmann haben geheiratet und ganz deutschland konnte zu sehen die beiden köln 50 667 stars die sich am set der serie kennengelernt und verliebt haben haben sich am donnerstag live im tv das ja wort gegeben die große feier fand auf mallorca statt vorab warteten natürlich alle gespannt darauf was die schöne braut anziehen wird wie kam karos brautkleid am ende an zumindest ihr frischgebackener ehemann daniel war hin und weg von ihrem anblick er verdrückte direkt ein paar tränchen als er karo zum ersten mal in ihrer robe gesehen hat kein wunder sie war eine wahrhaftige erscheinung die braut trug ein bodenlanges weißes brautkleid aus mehreren sich überlagernden tüllschichten obenrum bestand es aus lockerer spitze die ein superschönes dekollete zauberte dazu kombinierte die jule darstellerin einen langen schleier und einen weißen blumenkranz auf den bildern und videos der hochzeit ist deutlich zu sehen wie wohl sie sich in ihrem kleid gefühlt hat abonniere dich abonniere dich abonniere dich abonniere dich abonniere dich haben wir Untertitelung des ZDF, 2020